Ja, heute ist an der Zeit, ja, wir kennen ja das Deut-for-Leute-Prinzip, ähm, ich hab ja immer vor längerer Zeit, ähm, ich würde sagen, ähm, Skyler das mal aufgenommen. Und ich alleine dann im Fuggetter und jetzt bin ich wieder alleine und heute kommt ein neues High-Pro-Leute-Prinzip und zwar Starlink Battle for Atlas, ja, Flugzeuge und, ja, man muss dann eine Anerhalterung stellen, das gibt aber auch der Gamescom-Konten, ich mach ein paar Sachen von dem Spiel, mich hat das Spiel interessiert und deswegen haben wir geholt die Switch-Special, mit Starfox, da gibt's so Missionen, mit Fox, mit Cloud, mit R-Wing und noch ein paar weitere. Und damit habe ich jetzt verkauft und verkauft. Und damit habe ich jetzt verkauft, so in ein paar Stunden, muss ich alles nach unten machen, weil hier ist der Internet zu schlecht und deswegen muss ich sagen los geht's. Genug Geräte ist, auf geht's. Und das hat auch, das Spiel hat auch für Gigabyte getroffen, das Spiel. Und auch Dinge. So, so ein Gleiter hatte ich eigentlich noch. So, so, jetzt hat er die Na, zwei. In eine automatische . Das sehen wir. Bekomme ich nochmal zum Starting Battle for Atlas. Get to myself. Ich bin jetzt auf Nummer 1. Ich bin jetzt auf Nummer 1. Ich bin jetzt auf Nummer 1. Das sieht gar nicht. Ich habe ein bisschen hier drin. Wollen wir dran da? Ich weiß es nicht mal. Das ist alles genau. Aber ebenso. Ich hoffe ihr klickt es hin. Ja, ich habe ja gesehen. Und dann habe ich jetzt mit der Stoffie. Was ist die Unruhe? Wo wird er aktualisiert? Und hier kommt er. Die Stoffie. Was ist die Unruhe? Doch, mein Klau. Der Film ist nicht gut. Aber auch schon. Das ist doch eine WI-Was, Junk. Würde ich nicht. Der Film ist nicht gut. Oder ist nicht die WI-Was, Junk. Das ist alles besser. Was ist das? Okay. Okay, hey, was jetzt? Okay, okay, okay. Und dann mal an der Linie. Dann box ich da mit seinem Kempfeiter und über Gesungsschimmer-Samm. Und die angebogenen Säger, die Angebnummern vom Vater geerbten Flugfähigkeiten von Foxy Hennig. Das ist ja noch nie. Und dem, wo es du fällst. Warte, kann man mit dem Timo? Echt mit dem Timo, ja. So, wie der Vater noch getroffen ist. So, dann. Was ist das? Nummer 2. Foxy, die Leidenschaft von der Freunde verbessert sich an, wenn ihn der für euch war, und auch die honesten Waffen dazu nimmt, können den Waffenflagen des Flugmanns verskennen. Quasi, die improvisive Kampsche von Fox hilft ihm. Seh dabei, ich bin im Internet. Erregt auf das Bild. Diese Waffe haben keine Waffe für ihn. Dazu muss ich mal jemanden werfen. Und du hast die Kravendruppe auf einen Zeichen. Bobskick sein. Dieses Wissen an die Crew weiter. Um verbessert den Waffenflagen des Flugmanns. Flügelmann. Geht niemand auf, Focken wird er nicht mit seinen Freunden motiviert sein. Sie verbessert den Fremdruppen. Ja, es ist nicht wichtig, ich halte es auf der Hand, weil die doch, gerade ist die, die haben sich immer reingedrungen, auf der Nahrung, ja. Halt und nicht, kein Besuch. Und Lava zum Beispiel, Hippi Basteln an der Ausladung der Arme Knochen, nämlich den Püten an dem Einsatz von Laser Knochen. So Fischstoff, Energie, Mal sehen jetzt, wenn ich in Kontakt gar nicht auf, Und wir begrüßen Alien, die ist da nicht im Dieneraktiv. Tschüss. Anborderung und Loma betrieben, dass ich bereit ist Team Ovisione antwortet. Tschüss. Wir kommen das Arschluss-Sperrensystem. Wir sind da. Atlas, Juwel der Plejaden. Seht mal. Willkommen in Atlas. Mann, dafür krieg ich so viele Klicks auf der Erde. Kriegst du nicht. Levi, niemand soll hiervon erfahren. Und genau das will ich ändern. Jace, Levi, eine von euch aus der Honestkopf helft. Hey, hey! Er sagt, nein auch. Der Scan ist da, send Grant. Unglaublich. Ich fasse es nicht, dass ihr das schon ein ganzes Jahr macht. Unsere Betreise, uns wird nicht langweilig. So ist okay, ohne. Hier ist Atlas. Er sagt, dass wir es suchen könnten im nötigen Durchbruch bringen. Wir sind dichter dran denn je. Ich weiß es. Annäherungsbaum. Hört ihr mich? Was ist los? Haben sie es? Ja, aber die werden nicht gern beklaut. So empfindlich. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Sie schafft es nicht. Zurück, zeig mir aus. Komm! Der Brücke! Gatsch! Nimm dich mit diesem Angeli. Bescheid um die Maschine zu aktivieren. Sicher? Soll ich dir ein Gatle helfen? Wir sagen, ich bin los. Zeig ihnen, was es kann. Nimm mein Schiff. Du bist bereit. Okay. 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 Jetzt geht's, Mann, oh! Nimm uns. Oh ja. Nimm uns, du bist. Wie ist das? Wie hast du? Oh Mann! So Gott! Amen! Ja, die hätten auch mit... Die schnappen wir uns, Leute! Wo kommen die denn los? Wir könnten noch ein paar Schiffe gebrauchen. Team, was meint ihr? Sie scheinen freundlich gesinnt. Außerdem scheinen wir dasselbe Ziel zu haben. Vielleicht haben wir gar keine Wahl. Dann haben wir wohl neue Flügelmänner. Halte durch Shade, wir sind unterwegs. Einfluss에 du das Geräusch. Ich habe das richtig funktioniert. Wir sowas wie das Geräusch. Ich habe die Geräusche ausgeren. Jetzt insofern wir ruhige Handball. Dann einfach die Geräusche. Und dann kommen wir an den vier massiven Schaden zu schlägen. Was für den Tränen? Was für den Tränen? Was für den Tränen? Okay So Diese Starfox-Piloten wissen, was sie tun Feind zerstört Man wird nicht gut Wow Diese Typen sind schnell Nicht schnell genug Na, wie findet ihr das? Was? Was? Was ist das? Nimm das! Guter Schuss. St. Grant, wie läuft's da unten? Bin fast soweit. Sie müssen noch ein paar Minuten durchhalten. Hoch in Reaktorhülle. Alle. Und jetzt nur. St. Grant, wie läuft's da unten? St. Grant! St. Grant! Maidin, maids. Nein! Was? Was ist da los? Er ist weg! Sie haben 10. Grant! Was? Nein!